Und da sind wir wieder auf der schönen Hof Bergmann. Balzen tun wir. Erst am nächsten Tag, wenn wir hier wieder ein bisschen was mehr sehen. Die Metzgerei braucht Schweine, sagt sie. Sie hat aber noch sieben. Aber sie verarbeitet im Moment 24 pro Monat. Das heißt aktuell 12 pro Tag, zwei Stunden ein Schwein. 14 Stunden, kommt hin. Also bis wir da Rinder und Schafe hin liefern. Wenn wir da wohl jeden Tag was hinbringen. Wir haben noch ungefähr eine Ingame-Stunde Zeit für was zum Sägewerk zu bringen. Dann macht ihr nämlich zu. So, das ist der Grund, warum wir das Salatbeet hier haben. Das hält die Kosten hier niedrig. So. Den bringen wir mal zum Schräbergarten. So. So. Der Apfel hat gar nicht gesagt, dass er voll ist. So. 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 in diesem komischen wird dass ich das automatisch abschaltet wenn es soweit wenn es voll ist so man die hochkatzen füttern und saftfutter für den geflügel stall aber vorher war man eine runde holz holen aber den nächsten mal stehen lassen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und da ist wieder so einer, der sich oben auf die Kante setzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich denke, das reicht jetzt. So, ich denke, das ist voll genug. 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 und schon wieder zu schnell ne ja langsamer eventuell aber demnächst anders dann nehme ich aber die zeit und werde eventuell hier einen weg einen weg machen dass wir nicht immer hier durch müssen sondern dass wir hier umfahren können da wir so im moment gut genug zu tun haben kein holz machen jedoch die komplette lieferung jetzt nur ein selgewerk und wird nicht es war das sägewerk wenn die käseherstellung bin ich noch 30 minuten da kann es da kann man nachher noch was hinbringen die metzgerei läuft noch saftbutter in den geprügel stall okay ob wir die frage immer wenn wir sagt mutter sagt mutter war 3 k hühnerfutter das war das mit der schugger das ist ein ein kong 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 es jetzt haben wir jetzt hier noch drin ja nur noch 62 50er ballen mehr haben wir nicht der robot hätte gerne 92.000 54.000 haben wir noch dann ist ende noch zwei einzelne ballen rumstehen aber dann die stehen doch im innenhof und dann wir noch mal die 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 eigentlich halte ich die 70 prozent ja aus einem bestimmten grund gesetzte ich weiß noch nicht mehr welche ihr mein production info hat zeigt ja noch viel mehr an in meinem fall vier tage jetzt auf der bergmann durch die kleinen produktion natürlich quasi immer alles 50 prozent erreicht sind juhu lieferung in der nacht das sollte wieder eine weile reichen lange wir werden sehen ich face ich 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 So, er kann mal gucken, ob er selber tanken kann. Denn normale Milch ist jetzt auch leer. Untertitelung des ZDF, 2020 weil 20.000 für milch haben wir insgesamt 30.000 in der zuchtbetrieb ist ja auch von da werden wir uns demnächst ein großes fass kaufen um das ganze in die das ganze in der zuchtbetrieb ist ja auch von der zuchtbetrieb ist ja auch von der zuchtbetrieb ist ziegenmilch haben wir nicht hier mal gucken ob das auch bei nacht geht hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist aber durchaus gut machbar. Ich gehe wieder auf 70 hochstelle, was passiert denn dann? Ich gehe die Metzgerei, die Weintrauben. Beides nicht notwendig. Ok. 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 gut wir haben jetzt mehr als die hälfte zur hälfte also etwa von der hälfte fast zwei drittel besser wie nichts aber rein wenn wir noch die kredite laufen schauen wir mal in die bilanz ist jetzt natürlich noch keine kreditzinsen und auch keine kredite das ist produktionskosten baukosten sollen gebaut noch nur diese teile da gesetzt die waren doch gar nicht so teuer und neue fahrzeuge ist auch klar ich glaube eine der fahrzeuge ist als baukosten deklariert die kosten fahrzeuge in der mücke drin so was auch hier weil ich die bilanz hier heute schon mal wesentlich besser aus aber nur durch die verkauften fahrzeuge 750.000 sind die waren wert die wir im moment haben der ziegenkäse ist im moment ganz gut im preis kann man überlegen man den verkauft und die milch wenn wir ihn im bäckerei verkaufen hatten sehr guten preis ja milch schwankt zwischen 19 und 22 und die verpackte milch zwischen 25 und 23 also da können wir schon noch ein bisschen was was rausholen der rotwein aber ich danke fürs reinschalten wir sehen uns dann beim nächsten mal das wird eine längere folge denn da werden wir über nacht hier fertig war in diesem sinne danke fürs einschalten bis zum nächsten mal